Mittwoch, der 24. Januar 2018. Es ist 18.25 Uhr. Zeit für die Ziehung der Lottozahlen. Heute im Studio Chris Fleischhauer. Guten Abend, willkommen zu Lotto am Mittwoch live hier aus Saarbrücken. Schön, dass Sie mit dabei sind. Deutschland hat seit Samstag mal wieder einen neuen Millionär. Wer weiß, heute trifft es ja vielleicht Sie. Hier bei uns im Studio ist wie immer natürlich im Vorfeld alles ordnungsgemäß überprüft worden. Kugeln und Ziehungsgeräte sind startklar. Wir können also loslegen. Ich drücke die Daumen Ihnen allen an dieser Stelle jetzt. Viel Glück. Ja, existiert also noch unser Jackpot. Kein Spieler hatte am Samstag sechs richtige Plus-Super-Zahlen. Daher wächst unser Jackpot also weiter an. Wenn Sie heute auf Ihrem Schein alle Zahlen richtig haben, dann winken rund vier Millionen Euro. Das ist doch was. Und mit dieser ersten Lottozahl geht's los. 37. Gleich vier Spieler, die haben den Super-Sechser am Samstag ja ganz knapp verfehlt und konnten sich aber über einen einfachen Sechser freuen. Macht für jeden nun rund 420.000 Euro. Also eine knappe halbe Million. Nächste Lottozahl ist die 5. Und die glücklichen Gewinner, die kommen aus Berlin, Sachsen-Anhalt und gleich zwei aus Baden-Württemberg. Also Glückwunsch zu diesem, ja vielleicht doch für den ein oder anderen unverhofften Geldregen. Man hofft ja zwar immer, aber irgendwie klappt's immer nie. Die nächste Lottozahl ist die 45. Ja, und richtig freuen kann sich ein Spieler aus Bayern. Er hatte Glück im Spiel 77. Und die siebenstellige Gewinnzahl richtig. Und das hat ihn wirklich richtig reich gemacht. Glückwunsch zu knapp 4 Millionen Euro. Die nächste Lottozahl, die 31. Und bei der Zusatzlotterie Super-Sechste haben insgesamt acht Spieler in der obersten Gewinnklasse zugeschlagen. Jeder darf sich wie immer natürlich über exakt 100.000 Euro freuen. Auch Glückwunsch an alle Spieler dort. Die vorletzte, die 18. So, mittlerweile sind ja schon 25, jetzt vielleicht auch schon ein bisschen mehr. Ich weiß es jetzt, ich hab's nicht im Kopf. Der insgesamt 49 Lottozahlen in diesem Jahr mindestens einmal gezogen worden. Ich glaub, die 45 heute auch dabei schon drei oder viermal. Die drei ist die letzte. Das sind sie also, die sechs Richtigen am heutigen Mittwoch. Und mit denen geht's jetzt wie immer natürlich in die nächste Runde. Es geht bei uns um die Ziehung der Superzahl. Der Schlüssel zum Glück. Ich drücke nochmal die Daumen Ihnen allen an dieser Stelle jetzt. Viel Glück. So, insgesamt sind es heute bei uns, ich muss mal spicken, 10,6 Millionen Euro in der Ausspielung. Und wie gesagt, rund vier Millionen Euro in der obersten Gewinnklasse von sechs aus 49. Aber wie immer, nur mit den sechs Richtigen von eben. Und dieser Superzahl. Die verflixte sieben, wollte ich sagen. Ach Gott, furchtbares Wort. Also, wir gucken uns nochmal alle Gewinnzahlen von heute in unserer Übersicht an. Hier sind sie, die Lottozahlen in richtiger Reihenfolge. Muss ich mich jetzt, wo haben wir sie? Da, also drei, fünf, achtzehn, einunddreißig, siebenunddreißig, fünfundvierzig. Und die Superzahl eben gesehen, die sieben. Entschuldigung, aber es geht weiter. Die Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Es geht los mit dem Spiel 77. Da gewinnt sieben, 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 null, zwei, neun, eins. Und noch die Gewinnzahlen der Lotterie Super 6. Drei, vier, neun, vier, neun, neun. Soweit die Gewinnzahlen und die Lottoziehung für heute. Vielleicht haben sie ja Mittwoch ja bei unserer Liveziehung oben eine kleine Einblendung gesehen. Und da ging es ja um eine Umfrage. Wir wollten nämlich von Ihnen wissen, warum Sie genau die Liveziehung auf lotto.de mitverfolgen. Und fast über die Hälfte der Teilnehmer gaben als Grund an, dass sie am liebsten live mitfiebern, als dann später die Zahlen nur vorgelesen zu bekommen. Also, immer schön bei uns reinklicken. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie mit dabei sind. Und die Lottoziehung live heißt ja natürlich halt auch für viele, Sie wissen es, Sie können sie ein bisschen durchklicken, 360-Grad-Modus, also nicht wirklich manipulierbar. Und das macht es natürlich alles transparent. Also, wenn Sie dabei sein wollen, wie immer, pünktlich hier bei uns im Internet. Und pünktlich bin ich auch wieder da am kommenden Samstag 19.25. Geht's wieder los. Bis dahin, Ihnen allen noch eine schöne Woche. Tschüss, machen Sie's gut. Die Liveziehung der Lottozahlen. Nur auf lotto.de. Die Liveziehung der Lottozahlen. Nur auf die Stobel.de. Vielen Dank.